So, Lukas, ich glaube, das passt jetzt. Schön richtigen Impuls geben, dass er rückkommt. Zwei Schritte und schon sitzt ich im Kopf durch. Unter mir ist Lukas, ich hoffe, er filmt. Der Stadtplatz Embergeheim, gigantisch. Hi Lukas! Der kann das Foto! Da unten fliegt Frank! Ja, mein langärmeliges T-Shirt habe ich ja nun gerade ausgezogen. Schön so. Hier wird es kalt! Ach, ist das komfortabel. Für diesen Flug heute hat sich die gesamte Safari gelohnt. Und da vorne sieht man den Weißensee. Da ist die Landewiese vom Thalau. Unten. Da ist der Hauptplatteplatz, das Fliegercamp. Ja, aber da die ganze Truppe voll im Fliegercamp sitzen wird, werde ich da auch landen. So viele Stolpe sind gar nicht unten. Die hängt noch an in der Luft. Hoffentlich ist es so warm angezogen. Unter mir ist Greifenburg übrigens. Jetzt gucken wir mal, ob man das gut sehen kann. Auf. 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 Ich muss viel fliegen, weil ich den Fahrrad aufgereist habe. Ich fasse es nicht, es ist ein Landepunkt zu sehen. So, ich habe reichlich Höhe. Ich könnte, wenn ich wollte, da drüben zum Landeplatz Thalerhof fliegen, aber die Gruppe ist ja hier, also bleibe ich bei der Gruppe. So, jetzt habe ich die brems kleinen Eimer gewickelt. Mal sehen, ob mir das zur Gute kommt. Ein bisschen ausholen. Ich muss ja wieder steigen. Was sonst? Laufen, Wolf. Laufen. Ich bin... ...und gestanden. Hoffentlich hat die Birgit nicht gesehen. Ja, es fühlt da aus. Mein zweiter Film von der Emberge-Alm. Alles schick, alles gut. Ich glaube, da ist Birgit. Ich glaube, sie fliegt auch einen Ion. Ich glaube, sie fliegt auch einen Ion.